Wasse! Der Gewinner von dem Goalkeeper-Battle bekommt neue Grip Motorrad Handschuhe. Eins, zwei, drei, gelten Drip! Let's go! Okay, das will ich hären, gib Gas! Are you guys ready? Wir sind safe! Tag, Tag! Sehr gut! War da drin? Kein Tor! Oh! 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 2 sicher? 3! Sehr, sehr geil! Komm, schütt euch die Hand! Der Gewinner von dem Goalkeeper Battle kriegt neue Grip-Motor-Tanzschuhe! Bro! Was ihr verdient? Starke Paraden Starke Schüsse! Wow, Leute! Vielen Dank für die Unterstützung von dem letzten Video! Ich freue mich wirklich! Und natürlich in diesem Video, wir werden drei Paar von Grip-Motor-Tanzschuhen geben! Alles, was ihr müsst, ist abonnieren zu meinem YouTube-Kanal! Er weiß! Alles, was ihr müsst, ist abonnieren zu meinem YouTube-Kanal, like das Video, kommentieren, da unten, was ihr favorit Goalkeeper und DM mich auf Instagram! Der Glückwunner bekommt drei Paar von Grip-Motor-Tanzschuhen! Guys, ihr wollt nicht missen, denn es ist die beste Grip in der ganzen Welt! Guys! Get to Grip! Let's go! Difficult! Really? You think so? Ja, ja, ja! But ihr wisst, ich bin born zu fly! Ja! Ich habe auch die Grip, so ich habe alle Balls! Oh! Nice! Wow! What is this? Big Tennis Ball! Okay! And after? Tennis Ball! Are you ready? I think I am ready! Yes! Let's go! Let's go! Let's go! We don't need that! Little ball! We go harder! Yeah! That wasn't enough for me! Yeah! Ready? I was born ready! I was born ready! Let's go! Bout du bout du bout du bout du doigt! Et elle tape la barre! C'est un arrêt magnifique! C'est un arrêt magnifique! C'est un arrêt magnifique! Allez to Zam! Get the Grip on 3! 1, 2, 3! Get the Grip! Let's go!